Hallo Freunde Azeroth, Nurion hier mit einem Video zum Angelerfolg der Wunschentferner. Für den Erfolg müsst ihr 56 Münzen angeln von World of Warcraft Persönlichkeiten. Dies ist kein schwieriger Erfolg, aber er braucht eine Menge Sitzfleisch. Ich brauchte dafür ca. 5-6 Stunden. Der Erfolg wird beim Brunnen in Dalaran von Legion gemacht. Dieser befindet sich bei einem Standort. Ihr findet den Erfolg unter der Sparte Berufe bei Angeln. Ich empfehle euch, wenn ihr mehr als 2 Drittel der Münzen habt, den Erfolg anzuklicken, dass er euch auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dieser Erfolg gab es schon zur Lichtkingzeit in einer ähnlichen Form. Nur besteht er dieses Mal nicht nur noch aus goldenen, silbernen und kupfernen Münzen, sondern dieses Mal gibt es auch anders Aussehende, wie z.B. Zahnräder, Bernsteine, Kerzen. Daher auf jeden Fall immer alles aus dem Lotfenster mitnehmen. Denn es wäre ärgerlich, wenn ihr eine Münze nicht als solche erkennt. Und ein Tipp, schaut euch die Münzen auch mal genauer an. Denn auf jeder Münze ist ein Zitat oder ein Spruch dran. Ich finde diese noch sehr unterhaltsam. Am häufigsten droppen hier die grossen Brunnengoldfische. Ich dachte, die könnte man im Auktionshaus verkaufen. So wurde es mal angezeigt. Aber die könnt ihr auch so einfach gleich bei einem Händler verkaufen. Auch was die Münzen angeht, ist es so, dass es am Anfang ziemlich schnell geht. Nur, desto weniger ihr braucht, desto öfter droppt auch mal eine Doppelte. Daher braucht es doch einen Moment, bis ihr endlich alle zusammen habt. Und da ist er auch schon der Erfolg. Wie schon anfangs erwähnt, dieser Erfolg bräuchte kein Guide. Doch er ist lediglich für euch als eine Erinnerung gedacht. Wenn ihr auf einen Raid oder auf eine Inni wartet, dann könnt ihr die Zeit doch am Brunnen in Dalaran verbringen. Also, Angel raus und an den Brunnen von Dalaran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und mich würde interessieren, wie lange ihr für diesen Erfolg gehabt habt. Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Natürlich würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr weiterhin solche Videos sehen möchtet, über ein Abonnent. Euer Nourion